So was Leute, Juma hier und heute gibt es mal wieder ein neues Video Aufwandkanal. Also die scheinen schlecht zu sein, das finde ich sehr gut. Okay, oder ich bin weg. Oh mein Gott. Tschüssi. So viel Skill muss man einfach haben. So gefällt mir das. Oh mein Gott. Heute spiel ich mal ne Runde Aka Ayo. Hab schon länger nicht mehr gespielt. Wir spielen hier CSGO grad. Und CSGO spielt man eigentlich hier Wettkampfmäßig. Mit den Team Outrage Logic. Ich kann ja mal alle Teammates hier einblenden. Mit den jeweiligen Profilbildern. Der für uns war nicht Runden Leistung Leute. Ist ab jetzt bestätigt. Trägst du Unterwäsche? Äh ja. Mit den Kaffee? Ja. 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 Felix mein der hat mich hier aus. Keine Ahnung. Ich. Ich helbe. Oh nein. Hab den. Achso. Oh. Ohoh. Ohoh. Die YouTube-Pause ist jetzt vorbei, das ist eigentlich ein bisschen witzig, dass ich jetzt einfach sage, die YouTube-Pause ist vorbei. Das waren zwei Tage. Ja, Mann! Ja! Ja! Die SFAR, Leute! Die SFAR! Leute! Leute! Leute, ernsthaft? Ich zieh! Ich zieh! Nein! 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 Ich zieh die neue Wache! Nee! Ja! Warum? Was ist heute los? Eigentlich so zurückhaltig auf, Mann! Das ist so eine Scheiße! Das war ewig kein Besatz, das war nur Online-Stick. Immer nur gegen Bots, weil Manu nicht gegen Online-Mörder will, oder? Gegen Bots, da war ich natürlich immer der Boss! Was bekomme ich von dir, wenn ich jetzt hier bin? Wenn ich jetzt auf Anzeige Newt mache. Ja! Und erst mal im Nachdenkern. Digga, dann bekomme ich von dir einen Karm-Befade, okay? Ja, genau! Let's work FM! Ja, genau! So sieht aus! Was geht, Leute? Nice, der ist down. Der ist auch down. Der Gruppe, der geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. Du hast dir keinen Holzsack zu machen, ne? Ja, ja, ja. Wieso soll ich mir einen Holzsack fahren? Wer macht sowas? Eigentlich... Nein! Leute! Leute, das war's! So, Leute, das war's mit dem 1000 Abonnenten-Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe mir gedacht, ich werde ein kleines Playstops zusammenschneiden. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Es war viel, viel Arbeit in diesem Projekt drin. Und jetzt bin ich fertig geworden. Gerade eben im Moment. Es ist jetzt der 20.04.19.17. Das Video wird am Sonntag dehnen. Das lassen wir mal gucken. Äh, 23.04. rauskommen. Ich bin doch noch früher fertig geworden. Wie gedacht. Ich habe, ähm, z.B. Minecraft Games, um sie gar nicht mitgenommen. Weil da nicht so geile Momente dabei waren. Weil ich gar nicht so auf dem Server richtig... Doch ein paar... Ein Moment war gerade dabei. Ähm, oder jetzt auch die neuesten Videos, da sind nicht so geile Momente dabei. Ähm, eher die älteren Videos, da sind halt gute Momente dabei. Ich habe die besten Momente rausgesucht. Die ich auch fand, dass das gute Momente waren. Also, ich fand da auch im Landwirtschaftsformulator Let's Play nicht so geile Momente finden. Auch in Minecraft Revolution nicht. Minecraft Fate waren jetzt die letzten... Zwei, ähm... Aufnahmen, die jetzt noch dabei waren. Und ja, wenn du euch gefallen, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben. Da würde mich riesig freuen. Ähm... In dem Video steckt sehr, sehr viel Arbeit drin. Das ist mein aufwendigstes Video, das ich jemals geschnitten habe. Und... Ich will meinen Schnittstil verbessern. Ich will, dass das Standard wird so. Jetzt nicht unbedingt jetzt in dem Ausmaße, dass... So ein Zusammenschnitt wird, aber... Ähm... Ich will bessere Videos machen. Ich will mehr schneiden. Und... Ich will einfach, dass die Videos geiler werden. So ein Casey Neistat Stil. Der macht eigentlich ganz coole Videos. Und ja... Wir sehen uns... Am Dienstag. Mal gucken, was rauskommen wird. Ich habe letzte Woche Dienstag und Sonntag nichts hoch. Doch, ähm... Am Dienstag habe ich einen kleinen Teaser zu diesem Video geladen. Ähm... Eisner hat gesagt, das ist kein Teaser. Ähm... Die Musik war der Teaser. Das habt ihr vielleicht dann gemerkt. Und... Ähm... Ja... Sonst gibt es nichts mehr zu erzählen. Am Sonntag habe ich letzte Woche nichts hochgeladen. Weil... Da... Hatte ich einfach... Es verplant. Sagen wir mal so. Ich war da... Habe es da... Vergessen. Sagen wir mal so. Gut. Haut rein. Wir sehen uns... Am Dienstag wird ein Video wieder kommen. Und... Ciao. Am Dienstag. Am Dienstag. Am Dienstag.